Hallo und willkommen zur 125. Folge von vielblau um nichts. Und jetzt ist genug mit dem Schwachsinn. Ja, 125 Folgen. Man mag es kaum glauben. Ich wundere mich immer wieder mal. Vor allem, weil es ja doch nicht weniger wird, sondern eher mehr im Durchschnitt. Auch wenn wir uns jetzt inzwischen auf einer relativ üblichen Länge eingepegelt haben, wie es aussieht. Erstaunlicherweise ist es so, aber es soll mir recht sein. Also, 125. Ich habe keine große Feier geplant. Das wird jetzt ungefähr genauso gefeiert wie der vierte Geburtstag des Kanals vor, Pi mal Daumen zwei Wochen, nämlich gar nicht. Da habe ich sogar mal dran gedacht, aber nicht so wirklich. Und jetzt diesmal habe ich auch dran gedacht, aber mir gedacht, mein Gott. Es ist ja jetzt auch kein Geburtstag, sondern halt einfach mal eine Zahl, die man durch 125 teilen kann, was irgendwie ja doch immer wahrgenommen wird als wertig. Warum auch immer. Was wäre denn eine 125-jährige Ehe? Das weiß auch keiner. Warum nur? Egal. Aber was ganz Besonderes heute, ich nehme tatsächlich, man mag es kaum glauben, schon am Donnerstag ein Stück weit auf. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen, sage ich es mal. Ich habe nämlich schon immerhin ein bisschen was da, was ordentlich lang dauern wird. Und ich habe am Freitag nicht Urlaub. Das heißt, ich müsste dann alles hinterher aufnehmen, was machbar ist. Aber es ist schön, wenn man es sich ein bisschen aufsplitten kann. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Die Woche drauf habe ich übrigens Urlaub. Da ist wieder ein bisschen was anderes. Aber auch da, wenn was früher kommt, immer gern genommen. Gut, also ich habe zwei E-Miles, die ich jetzt vorlesen werde. Und deswegen auch, das können sich die Fraktion der Leute, die sich bei YouTube in den Kommentaren tummelt, kann sich jetzt also denken, hoppla, die kommen jetzt nicht. Das stimmt, die kommen nicht erst danach, wenn ich dann morgen den Rest aufnehme, weil ja dann die Deadline wohl rum ist und bis dahin noch eventuell auflaufende YouTube-Kommentare nicht aus dem Kontext bringen muss. Weil ja, wie man ja gesehen hat, letzte Folge, vorletzte Folge, so viele Kommentare noch kurz vor Schluss dann so waren, so erstaunlich viele. Und diesmal sind ja auch schon ein paar da. Da könnten ja noch welche kommen. Egal, also machen wir es so. Gehe ich also zu den E-Miles und sage, Gucken wir hier, der Cookie war der Erste und der hat diesmal in einem Anfall von Organisationen tatsächlich alles in eine gepackt, wie es aussieht. Dann wollen wir doch mal. Hallo Ulrich, diese Nuatrophäen kommen bis auf eine alle automatisch. Das ist, muss ich sagen, mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man nicht so viel extra anstellen muss. Wobei, nur so ist auch ein bisschen langweiliger. Dann sind es halt einfach Kapitelmarken quasi. Also kann man im Zweifelsfall lieber so wie irgendwelche Beschissenen, wo man dann stundenlang extra reinbuttern muss. Aber ja, egal. Der einzige Trophäe, die nicht automatisch kommt, ist eine Sammeltrophäe. Und dafür hat er einen Guide. Na gut, das ist genau sowas. Wenn ich einen Guide nehme, machbar. Aber auch dann, je nachdem, wie viel der Aufwand ist und egal. Aber nur eine übrig lassen, das kann einen auch piesacken. Das verstehe ich dann auch. Das kann ärgerlich sein. Denn ich glaube, ich habe bei einem der frühen Forzas, Forza 2 oder Forza 3, hat mir nur eine Trophäe gefehlt. Und die war irgendwas, ich müsste jetzt lügen, es könnte irgendwas mit online gewesen sein, was auf jeden Fall ewig gedauert hätte. Dann halt nicht. Ich meine, da hatten natürlich die Xbox in Anführungszeichen den Vorteil wieder, dass es keine Platin-Trophäen gibt. Und deswegen hat man halt 970 Punkte statt 1000. Aber nein, es fehlte nicht diese verdammte, ich brauche noch eine Trophäe für die Platin-Trophäe. Ja, egal. Hast du das Spiel ist relativ, das Spiel ist nicht so lang. Es wäre sonst zu schade fürs Geld gewesen. Leider hat er sich dieses Overhyped-Dish-Anstück zum Vollpreis geholt. Ja, das habe ich auch. Und denke mir auch manchmal, hätte ich ja vielleicht auch warten können. Warum habe ich eigentlich? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt digitale Spiele teurer wären. Das schon mal eigentlich gar nicht. Ich könnte mich jetzt echt nicht erinnern an irgendeinem Fall, wo es schon mal war. Außer es war ein offensichtlicher Preisfehler. Aber die passieren bei Sohn, die zum Beispiel auch immer nur anders rum. Die sind immer nur zu teuer und dann werden sie billiger, wenn es mal irgendjemand merkt. Da habe ich die Woche wieder Einzweigkei-Daten gesehen. Die erscheinen mir definitiv zu teuer, aber passiert halt mal. Egal. Und vor allem ausverkauft sind sie auch nicht. Und gut, sie können natürlich vom Marktplatz verschwinden, aber das passiert auch ganz sicher nicht so schnell. Aber egal. Es war halt so. Die Schwibschab-Sorten sind auch nicht sein Ding, meint er. Er bleibt lieber bei Schwibschab Zero ohne Flavor. Also ohne Geschmack wäre natürlich ein bisschen komisch. Ja, aber ohne sonstigen Einfluss natürlich. Also die Cola und Orange-Fassung, die sind, ja, die trinke ich ja auch. Die passt. Die Billig-Schwibschab vom Aldi oder Lidl sind okay, aber nicht sein Ding. Dann lieber für den doppelten Preis das Original. Ich habe die eigentlich, glaube ich, nicht mehr jemals groß ausprobiert. Die Billo-Colas, wie die so sind. Oder die Billo-Cola-Mixe wohl eher in dem Fall. Das kann ich, ja, das muss man halt mal überlegen, ob ich das vielleicht mal mache. Ich war jetzt gerade kurz abgelenkt, weil ich im Hintergrund Sky Sport News laufen habe ohne Ton. Und da jetzt gerade wieder steht, dass Rummenigge sich wieder wie ein Asso aufführt. Quasi völlig überraschend. Wie käme nur ein Offizieller vom FC Bayern München dazu, sich irgendwie unsympathisch zu inszenieren. Ja, war es mal wieder Zeit wahrscheinlich einfach nur. Egal, ja, also die habe ich nicht probiert. Ich habe billige Wasser, habe ich schon genommen. Die stille Jahrwasser vom Brewe, das schmeckt, ich würde schon sagen, dass Wolwig und so besser schmeckt ein bisschen oder Vittel. Aber natürlich nicht unbedingt das Zehnfache oder Achtfache oder was es kostet. Aber Wasser ist halt doch wieder was anderes. Da könnte man ja auch weiter Leitungswasser trinken, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist so eine andere Sache. Egal. Ja, Man of Medan war leider echt nur so Mittelmein. Gut, Until Dawn hat er geliebt und platiniert, so wie es viermal durchgespielt hat. Oh Gott. Man of Medan blieb bei einer Runde. Dennoch würde er sich Little Hope gönnen. Ja gut, ich meine, gönnen kann man sich ja. Kostet ja schon wieder bloß 30 Euro. Da kann man mal, kann man machen. Until Dawn. Ich kann es sogar verstehen, dass man es mehrfach spielt, aber ich habe da wieder, wie bei Visual Novels auch, man muss so viel wiederholen. Und bei Until Dawn kann ich halt mal, ich mag mich täuschen, dann gerne korrigieren. Da gibt es halt kein Vorspulen oder Skippen oder irgendwas. Da muss ich schon den ganzen Käse spielen, bis ich die nächste Entscheidung habe, die ich dann anders fällen kann, so ungefähr. Das ist mir einfach zu viel Aufwand. Da nervt es. Nee, danke. Kann ich nicht machen, leider. Aber egal. Nein, die Phrase heißt tatsächlich, der Preis räumt den Markt, meint er. Okay. Sie bedeutet, dass der Preis so lange nach oben und nach unten geht, bis die angebotenen Produkte abverkauft werden. In Bezug auf die eventuell höheren PS5- oder Nextbox-Preise heißt das, dass die Spiele eh im Preis sinken, wenn sie sich schlecht davor kaufen. Außer bei Nintendo sind Spielepreise zum Glück eh nie sehr wertstabil. Ja, also Angebot und Nachfrage im Endeffekt, anders ausgedrückt. Ja, klar. Prinzipiell gehe ich auch davon aus, wenn die wirklich versuchen, was mit über 70 zu fahren, das wird sich nicht lange halten. Und dann kommt spätestens dann, wird der Mediamarkt dann schon sagen, nee du, wir machen ein Lockvogel-Angebot. Und dann gehen die anderen wieder mit, teilweise oder auch nicht. Oder, naja, schauen wir mal. Nintendo, das stimmt natürlich. Aber mir ist auch immer gerne aufgefallen, dass das Problem ist, wie soll ich sagen, dass gerade so Nischige oder so B-Publisher, die neigen auch gerne dazu, wertstabil zu sein, weil die offenbar halt nach dem Motto, wir haben nicht so viel, die stehen halt im Laden und wenn sie mal gekauft werden, dann haben wir genug Verdienst, dass es schön ist für uns. Also so Firmen wie Ubi zum Beispiel, die sind viel schneller dabei, Sachen zu reduzieren und dann quasi, Ubi hat ja auch gute Verkaufszahlen, man sieht es ja auch. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die schneller mal den Preis runter senken werden, was nicht ganz so läuft, wie sie es sich vorstellen, wie jetzt. Ich hatte damals, ich habe also gerade die nischigen japanischen Sachen, wobei es da nicht ganz stimmt. Da gibt es immer Variante A, sie werden doch billiger und dann rausgeramscht. Oder Variante B, sie werden nicht billiger und sind dann irgendwann mal alle und dann werden sie noch teurer. Also jetzt ein Danganronpa zum Beispiel in Retail zu finden, ich glaube, das könnte gut teuer werden, aber dafür sind die alten Utaware do Monos auf PS4, die findet man immer noch für 15, 20. Also es schwankt, aber mir ist öfter schon, wie gesagt, öfters so nischige Geschichten neigen gerne dazu, dass sie nicht billiger werden oder nicht so sehr billiger werden wie Mainstream-Sachen, die halt sich ihrem Verfallsdatum nähern oder nicht so erfolgreich waren. Das ist ein bisschen eigenwillig, aber ja. Mit meinem Führerschein meinte, darf ich einen Fufsker-Roller fahren. Das sind die Dixi-Klos, die so mit 45 Kilometer rumfahren, kmh. Ja, ich habe aber auch gar kein Verlangen, auf Zweirad unterwegs zu sein. Also weder beim Fahrrad schon auch erstmal nicht, weil ich erinnere mich, bei YouTube gibt es Kommentare, das, wie gesagt, kommt dann beim nächsten Mal oder halt später. Also ne, ich fühle mich auch nimmer so sehr wohl oder sicher, wenn ich im Straßenverkehr ohne Blechhülle unterwegs bin und da ist halt ein Fahrrad schon mit der Semi-Geschwindigkeit schon so eine Geschichte und mit so einem Roller, wo ich dann wirklich... 45 ist eigentlich, glaube ich, für ein Nicht-Auto auch schon ordentlich flotty, wenn dann irgendwas sein sollte. Also, ja, ne, ist es mir nicht wert. Ich habe mal so ganz kurz mit so... Also ein Quad wäre eher noch was, weil da kann man wenigstens nicht so ohne weiteres umfallen oder halt so Cards. Die sind tatsächlich, hat mir mal der Händler gesagt, die dürfte man mit dem Führerschein auch fahren, weil es sind ja vierjährige Autos quasi, aber die sind natürlich so tiefer gelegt, da wird man dann einfach überrollt von irgendeinem Probi, der nicht aufpasst. Lieber nicht. Naja, genau, der Ballermann-Karnevalsschwank ist vom Big Brother Jürgen. Ja, der hat ja mal, das ist, glaube ich, gut, jetzt ist gerade Ballermann natürlich eine andere Geschichte, aber der hat ja seine Karriere irgendwie doch sehr, sehr langjährig strecken können, sehr inklusive Anruf, Quiz-TV-Moderation und Scheiß. Also der hat sich da sehr geschickt angestellt, würde ich so sagen. Ich meine, Slutgo hat man ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal wieder bewundern dürfen, war bei Promi Big Brother war es doch, oder? Wo er sich dann auch irgendwie wohl nett mit Ruhm bekleckert hat und irgendwie und überhaupt, aber er war ja nur wegen dem Geld dabei. Das ist immerhin ein Argument, wenn man wenigstens ehrlich ist, dann passt es schon. PUBG, meint er, war als Xbox-Umsetzung auch Mist. Kein Wunder, dass es ein Flop war. Ja, aber ich glaube, ich habe vage im Kopf, dass die PC-Version von PUBG auch nie wirklich toll aussah. Die war halt funktionell, aber schön war das Ding doch noch nie, oder? Ich meine, und Fortnite hat halt so einen massentauglichen Look. Das hat sicher auch geholfen. Ich finde ja sehr lustig jetzt, diese Woche ist ja erschienen von EA Rocket Arena. Und die wollen ja ernsthaft, also ernsthaft als Retail-Spiel und kosten mal 30 Euro aufwärts. Also ich kann mir, ich habe keine Ahnung, ob es was taucht, kein bisschen. Es interessiert mich auch für mich privat. Ich sage null, ich spiele sowas ja nicht und ich könnte es auch nicht. Ähm, aber das muss doch ein Vollflop vor dem Herrn werden. Ich meine, das, äh, wie ist das Ding, was nicht Overwatch war? B, blach, von, von Gearbox. Irgendwas mit B. Verdammt. Battleborn. Battleborn war es. Das war ja auch so Vollerror-Kleppierer, obwohl es ja ein wohl gutes Spiel war und ist dann im Rekord-Tempo für 5 Euro verscheuert worden. Eieiei, also ich glaube sowas eher. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Wer sich ernsthaft denkt, man kann in dem Genre aus dem Nichts quasi mit einem Titel, der kein bisschen Promi-Background oder irgendwas hat, Leute abholen. Vor allem die, oh Gott, hey. Ich meine, ich nehme an, das kann Crossplay, aber selbst dann, wie viele, man müsste, ich müsste Gaudi mal gucken. Es gibt es auf PC, ob da schon irgendwo Meldungen jetzt mal die Tage rumlaufen, was der Play-Account war. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Das spielen wahrscheinlich noch weniger Leute wie dieses Amazon Crucible, was ja jetzt so ganz, sagen wir, klanglos wieder auf Closed Beta zurückgestuft worden ist, weil es keiner spielen wollte. Eieiei, also ganz, ganz, ganz bitter, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, also ich wollte gerade sagen, mit Background, also wenn jetzt natürlich, äh, Dingens, Blizzard wieder noch, ja, Overwatch 2, stimmt. Das ist ja kompatibel mit 1 sogar, stimmt. Aber wenn die was noch ausstellen würden, da würde ich sagen, die, bei denen geht das, es ist schließlich Blizzard. Und, äh, bei Valve könnte ich es mir vorstellen und, äh, wie heißt es, dieses Valorant von, von Riot, das kostet glaube ich nichts, oder? Aber da, da steckt halt Riot dahinter, die offensichtlich den, den, den E-Sport-Markt irgendwie sehr gut begriffen haben. Aber nicht irgendwo, irgendein Hersteller, der schon mal irgendwas ein bisschen gemacht hat und jetzt meint er halt, da könnte ein Ballerspiel, alles wird gut, bla, blub. Oh Mann, hey, ich, 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 ach, naja, egal. Wo waren wir? Okay, der, äh, Fortnite hat aber auch nicht sein Ding meint, obwohl der Shooter mag, mochte. Er hat es mal zum Test gespielt, aber es gibt ihm genauso wenig wie Overwatch. Ja, wie gesagt, da bin ich, das sind für mich alles Sachen, die an mir vorbeigehen, weil ich teambasierte Shooter, äh, also Shooter kann ich eh schon nicht. Und bei teambasiert, da muss ich ja mit Leuten mich koordinieren, das ist ja furchtbar, Igitt. Ne. Okay, der ganze Gaming-Fanatismus geht ihm generell auf den Senkel, meint er, egal ob es um Spielekonsole oder sonstiges geht. Daran sieht man halt, dass ein ordentlicher Teil der Anführungszeichen Gamer einfach zurückgeblieben ist. Ja, sag ich jetzt mal nix zu und lass das so stehen, weil was soll ich schon groß zu sagen? Tja, kein Wunder, dass keiner Gaming-Ernst oder als Erwachsener ansieht. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, dafür überwiegend zu viele laute Idioten. Am besten diese Trottel ignorieren, Videospiele sind zu unwichtig, um sich über sie aufzuregen. Ähm, das würde ich wohl so unterschreiben, außer man, das ist dein Job, so ungefähr. Dann regt man sich über ganz viel auf, mir geht es zumindest so. Ähm, ja. Aber das kann man so stehen lassen, da gibt es, was soll ich da widersprechen? Das wäre sinnfrei zu widersprechen. Gut. Seit dem nächsten Reifen werden auch ganz herrsreifen. Der halbjährliche Wechsel lohnt sich nicht, wenn man bei Köln lebt. Der lohnt sich auch hier im Süden nicht, weil wir alle Jubeljahre mal zwei Wochen Schnee haben. Äh, und dann, wenn man so, vor allem wenn man so wie ich nicht in die Berge fährt, sondern nur im Kaff rum eiert. Klar, wenn mal so gefrorener Matsch Schnee liegt, dann rutscht man natürlich wie, wie ein Ochs, aber das tut man mit Winterreifen auch in so einer Extremsituation. Also, ja, das, ich gehe davon aus, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Ich habe seit Wochen, äh, ach, scheiße, TÜV, oh, warte mal, ich habe dieses Jahr TÜV, fuck. Ei, das ist im September. Das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, da jetzt schon Winterreifen aufzuziehen und die Sommerreifen lohnen sich dann auch nicht mehr. Also, die Winterreifen sind ja noch drauf, sie noch mal runterzunehmen. Äh, ja, muss ich abwarten. Sind ja noch ein paar Wochen hin. Naja. Was halte ich von Civilization? Habe ich Teil 6 auf Konsole gespielt? Nein, ich habe mir zur Gaudi tatsächlich Civ VI, weil es ja so toll sein soll, mal gekauft, wie es bei Amazon irgendwie für 20 Euro auf der Switch verramscht worden ist, weil ich mir auch gedacht habe, naja, äh, die Switch-Version ist in dem Fall tatsächlich billiger wie die da, glaube ich, gerade erschienenen großen Versionen. Plus, äh, es ist ja jetzt nicht ein Spektakel-Spiel, da wird sich die Technik schon in Grenzen halten. Plus, äh, technischen, nee, Nachteile und unterwegs, mal schauen, tut, äh, was ist unterwegs? Nichts auf der Couch oder im Bett so spielen, wird vielleicht auch funktionieren. Ich habe es allerdings tatsächlich noch nicht ausprobiert, wie so oft halt. Ich habe, Civ an sich finde ich konzeptionell sehr interessant, aber ich habe immer das befürchtet, dass es einfach zu komplex ist, mittel- oder langfristig. Ähm, und deswegen ich nicht allzu viel damit anfangen würde, werde. Ich habe Civ, Civ Revolution auf der 360, da habe ich ein paar Partien gespielt, aber es war ja das Civ für die Armen so ungefähr, für die, die eben, denen der Rest so kompliziert ist. Also kann man schlecht vergleichen, aber das hat mir durchaus Spaß gemacht, weil es halt eben das Ganze in ein zugängliches, einfaches Korsett gesteckt hat. Aber das echte Civ, da bin ich nicht geberief genug. Übernehme ich auf unsere Arbeit die Einarbeitung von neun Kollegen oder drücke ich mich davor? Naja, was heißt drücken? Ähm, also prinzipiell würde ich natürlich sagen, das ist eigentlich die, die Arbeit vom Chef oder vom stellvertretenden Chef und wie man, und das, das werden also andere Leute. Ähm, ich meine, für so Sachen, wo, wo ich hauptzuständig bin, sprich den ganzen Online-Kiese, da würde ich natürlich, äh, haben wir auch angefangen, ich meine, äh, da, das ist dann natürlich schon mein Bier letzten Endes, ähm, aber, äh, es ist nicht ganz so, also momentan ist es eh so ein Ding, natürlich durch Viren und Homeoffice und sonst was ist das alles, liegt gerade alles ein bisschen flach, äh, plus wir hatten die Situation ja in den letzten Zeiten sehr selten, ich meine, äh, vor jetzt der aktuellen Änderung, die letzte Änderung ist ja wirklich schon, boah, über zehn Jahre, glaube ich, her gewesen. Ähm, dann, dann gibt es sowas eher selten, äh, und jetzt ist halt so, dass, äh, gute Steffen, der ist schon, äh, der hat eine Basiskompetenz, wo man sich nicht zu viel den Kopf machen muss, der hat das schon alles ganz gut begriffen und sich selbst dann, äh, eingefuchst. Natürlich, wie gesagt, es ist alles Work in Progress, aber, äh, nee, also die Frage wäre, warum sollte ich das jetzt machen? Also es ist auch gerade so, äh, Artikelbesprechungen und so, das ist ja die Baustelle von Leuten, die das Ding letzten Endes, äh, zu verantworten haben, das bin halt nicht ich. Ähm, aber gut. Was halte ich für die ganzen Simulationen, Snowrunner, Bus-Simulator, Train-Sim-World, etc.? Ähm, sie haben eine gewisse Faszination für mich, also jetzt nicht unbedingt Landwirtschaftssimulator, das ist mir, glaube ich, zu, äh, zu banal, zu, 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 zu Umfang, wie weiß, umfassend irgendwas, äh, und ich meine, Animal Crossing ist ja auch ein bisschen, wenn man so will, sowas, äh, aber die anderen sind teilweise schon interessant, also ich meine, Bus-Simulator habe ich mal neigespielt, es ist, also mal zum Anspielen und Schmunzeln ist es ganz nicht, Train-Sim-World ist auch so ähnlich, ähm, Snowrunner, das wiederum würde mich schon mal richtiger interessieren, das müsste ich mir mal irgendwie organisieren, ähm, das, 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 das sieht ja auch, also das sieht ja auch im Gegensatz zu den anderen tatsächlich ordentlich aus eigentlich, und ja, also ich habe es nicht gespielt, um jetzt sagen zu können, ich finde es gut oder schlecht, aber es würde mich schon interessieren, ja, mehr kann ich zu nicht sagen, so, äh, Sekt oder Seltas haben wir hier, dann, Rennspiel oder Autofahren im Real Life? Tatsächlich Rennspiele, also ich meine, ich habe einen Führerschein, ich fahre Auto, ich habe auch in meiner Jugend mal, ab und zu bin ich eben ins Ruhrgebiet gegondelt oder nach Köln auf irgendwelche Messen, das war aber auch das Weiteste, was ich gefahren bin, ich bin nicht so der große Fan von Autofahren, also ich meine, nach Leipzig und, ja genau, Leipzig und Köln bin ich zeitweise selber gefahren und, oder musste halt fahren wegen, äh, Gamescom, Fahrdienst und so weiter, äh, ich bin jetzt, äh, kein großer Autofahrer in echt Leben, so, ähm, also ich bin jetzt auch kein Kriecher, aber richtig schnell fahren, da, da fühle ich mich auch nicht so ganz wohl, weil es halt irgendwo so ein bisschen, äh, Nervenkitzel, aber nicht der positiven Art, ähm, also ich bin eher gerne nicht so viel unterwegs, wobei lustigerweise ich auch Zugfahren nicht mag, also ich würde eher, wenn ich, wenn ich es mal aussuchen müsste, lieber mit dem Auto, wie mit dem Zug fahren, letzten Endes, aber egal, nein, und Rennspiele sind halt einfach spaßig, gibt ja auch so viele, also lieber Rennspiele. Switch am Fernseher oder im Handbetrieb? Ich habe ja mal in der Frühzeit der Switch einen Blog geschrieben, wo ich gesagt habe, der Blog bockt mich nur gedockt, ha, ganz toll, äh, ja, so kann man sich irren, also ich spiele Switch viel mobil, aber, ähm, hängt davon ab, ähm, also richtige Spiele in dem Moment, wo die Optik eine Relevanz hat und cool aussehen sollte oder irgendwas oder Effekt, dann ist immer noch Fernseher vorzuziehen, aber, äh, aber für so Sachen, die mit irgendwelchen Knobelgeschichten, die mit Touchscreen arbeiten oder auch potenzieller Touchsteuerung oder auch ein Picross oder, äh, oder natürlich Visual Novels, sei es, ähm, Handheldbetrieb schon, äh, schon mir lieber einfach, viel lieber letzten Endes. Ich habe übrigens, heute kam mein Nurse Love, äh, Obsession an, die, die Switch Collection der beiden Nurse Love Spiele, die ich von Navita kenne und die wollte ich mir jetzt ins Regal stellen, die gab es bei Limited Run, deswegen habe ich sie mal gekauft und jetzt, heute kam sie an, so, sehr gut. Ähm, das erste habe ich durchgespielt, es war sehr gut, das zweite, sehr gut, war, war gute Unterhaltung, alles seltsam, aber gut. Das zweite habe ich relativ bald liegen lassen, weil ich es nicht dringlich spielen wollte und oder musste und mir die Hauptfigur noch, und Gott, so, so ein weinliches, dummes Gör, die war, im anderen war es es auch, aber die war, also, die war, die vom anderen war auch so, aber nicht ganz so schlimm wie die am Anfang, also ich muss mich nochmal reinfuchsen, weil ich schon davon ausgehe, dass es mich letzten Endes doch auch unterhält, aber ja. Also ja, beides, aber je nach, je nach Gattung. Hoppel-Western oder normaler Western? Äh, ich habe es nicht kapiert, befürchte ich wieder. Ähm, nö, ich habe es wirklich nicht kapiert. Tendenziell normaler Western, ich bin kein riesen Western-Fan, deswegen ist Hoppel-Western vielleicht für mich interessant, aber ich bitte um eine Erklärung nochmal. Persona oder Skyrim? Ei, ganz schwierig. Story-technisch natürlich auf jeden Fall Persona und auch vom Flair her, aber Skyrim ist halt für mich ein Spiel mehr, wo man, äh, sich ausleben kann, was halt einfach die Welt, in der Welt versinken ist, ist ein Skyrim schon besser oder auch Oblivion. Oblivion habe ich, glaube ich, sogar länger gespielt, würde ich fast vermuten. Ähm, da, ja, da war die Story auf jeden Fall interessanter oder besser gemacht, wie man es nimmt. Ähm, also Skyrim wegen der Welt, ja, aber wegen Spiel an sich, äh, Persona, ganz klar, also Persona fünfeinhalb. Kaugummi ja oder nein? Ähm, ich habe nichts gegen Kaugummi, aber ich kaue selten Kaugummi. Ich habe immer ein bisschen, äh, Kronenphobie, weil früher, in meinem früheren Leben, wo ich noch mehr Kronen, äh, ne, Plompen, Plompenphobie, wo ich noch Plompen hatte und nicht Kronen, da hatte ich immer ein bisschen Angst, dass das dann irgendwie runtergehen kann und das ist auch ein-, zweimal passiert tatsächlich. Äh, heutzutage geht mir ab und zu die Krone auch runter, aber nicht beim Kaugummi kauen, aber ich möchte es nicht unbedingt ausprobieren. Also, ähm, ich habe, Kaugummi sind okay, aber sind nicht so unbedingt mein, äh, wie soll ich sagen, mein Naschzeug meiner Wahl. Zahnseide oder Mundspülung? Äh, 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 den Mund spüle ich beim Zähneputzen. Äh, Zahnseide mag ich jetzt nicht so sehr, aber wenn was wirklich zwischen den Zehen hängt, ist natürlich eine Zahnseide grundsätzlich besser, deswegen müsste ich hier jetzt zur Zahnseide tendieren. Sonnenbrille, ja oder nein? Äh, nein, ich mag Sonnenbrille nicht. Ich hab's, äh, ich mag's nicht, wenn, wenn mein Sicht, mein, mein Blickfeld abgedunkelt ist und das ist bei einer Sonnenbrille natürlich der Fall. Ähm, das hilft natürlich, wenn man nicht so viel draußen bei heller Sonne rumrennt, da braucht man, dann ist die Frage blenden lassen oder doch Sonnenbrille nicht so relevant, also mag ich nicht so aus dem Plus, ich brauch, ich hab zwar nicht so schlimme Sehschwäche, aber trotzdem hab ich, seh ich halt lieber was, dann müsste ich aber eine Sonnenbrille mit Geschliffen kaufen, will ich auch nicht Käse. Nein, also eher nicht, nein. Apple oder PC? Ja, da gibt's keine Frage, PC, Apple ist, äh, Apple, ich benutze mein iPad täglich laufend viel, mag's gerne, werde mir wahrscheinlich, wenn ich endlich mein Smartphone kauf, auch eher ein iPhone kaufen als irgendein Android-Ding, weil einfach halt dann nicht an die Bedienungen schon gewöhnt bin und ich kein Problem damit hab, dass es ein geschlossenes System ist, ich will nicht jailbreaken und 15 Millionen Apps und modifizieren und anpassen und scheiße, ich will ein funktionierendes System, wo ich mich nicht aufregen muss. Ähm, gut, aber bei Computern, ich mag OSX einfach nicht, null. Bedienung, äh, Handling, Aufbau, ach, ich möchte mein Windows mit einer Tal, mit einer vernünftigen Taskbar unten und nicht so blödes Eigenfeld, äh, wo dann alles vernünftig hin und her switchbar, wo ich auch besser finde alles und nicht so kleine Fensterchen, also, ich muss ja in der Arbeit mit dem Mac arbeiten, deswegen kann ich das auch beurteilen und mit gutem Gewissen sagen, nein, mir gefällt ein normaler PC in der Hinsicht einfach viel, viel besser, deswegen PC. Ja. Also, wobei PC natürlich ja auch wieder so ist, was für ein PC, ich könnte ja auch Linux nehmen. Linux ist ja für die, für die Intellektuellen und ich will einfach nur, dass es funktioniert. Ich habe übrigens gerade einen fiesen Piepsi auf meinen Kopfhörer bekommen, weil ich im Hintergrund Discord laufen habe und da gerade eine Notiz kam, ähm, der hat Pipf gemacht, nicht so, ich weiß nicht, hier auf der Aufnahme ist es glaube ich nicht drauf, gut. Egal, ähm, wo war ich? Genau, ja, also PC, aber mit Windows. Laptop oder Desktop-Rechner? Ähm, Laptops sind durchaus praktisch, aber ich bevorzuge sehr zum, zum normalen Betrieb, sei es jetzt hier zum, daheim rumgammeln, beim Arbeiten irgendwas, ein Desktop-Rechner, weil ich einfach die Bedienung viel besser finde. Größer, ich habe nur die Tastatur in dem Fall, ich habe, kann aber an meinem Desktop alles mögliche anstöpseln, an einem Laptop zehn Festplatten anstecken, wäre ein bisschen komisch. Äh, ich habe eine vernünftige Maus, Touchpad-Maus, Touchpad-Ersatz, finde ich furchtbar, mag ich überhaupt nicht und diese flachen Tastaturen kann ich auch nicht ab und ich habe jetzt zwar eine semiflache, statt einer richtigen schönen altbackenen, aber ist immer noch besser wie diese ganz flachen, blöden Laptop-Tastaturchen, die mag ich nicht. Ne. Ja, Arthur Dent oder Clark Kent? Ja, äh, Superman finde ich als Charakter eigentlich ganz schön langweilig. Ich glaube, der einzige Superman, der jetzt mir in letzter Zeit mal irgendwie ein bisschen interessanter war, war der Superman, der in Supergirl rumrennt und da auch jetzt seinen eigenen Spin-Off ja kriegt, ähm, weil der irgendwie ein bisschen menschlicher war. Klingt blöd. Ja, Superman ist halt eher so der, der eindimensionale Superheld irgendwie. Ja, aber egal. Ja, und Arthur Dent ist natürlich, ich, mein Gott, wer kann nicht mitfühlen, so mit dem Bademantel und dem Handtuch und völlig verwirrt und von irgendwelchen Leuten verarscht. Also bin für, Sympathie für Arthur. Ja. Gut, das ist dann erstmal der Cookie gewesen. Außer er straft mich jetzt Lügen und schickt mir zwischen jetzt, also Donnerstagabend und Freitag doch nochmal eine zusätzliche E-Mail. Ist ja nicht auszuschließen. Wir werden es sehen. Sonst geht es jetzt gleich mit der nächsten Mail weiter. Ich muss nur kurz mal mich, äh, sammeln. So, genug gesammelt erstmal, dann geht's weiter. Ähm, und zwar der Tokio ist dran. Dann wollen wir mal. Mal wieder Jubiläumsbla. Hallo Ulrich und kaum, dass man sich versieht, sind wir schon bei Folge 125 angelangt. Wird Zeit, dass passend dazu auch mal so langsam die tausend Abonnenten zusammenkommen. Er kann sich schon vorstellen, dass einem das irgendwie wurmt, wenn kurz vor dem Ziel ein paar Prozent fehlen. Ist ja beim Zock nicht anders. Ja, das ist so, ähm, momentan stecke ich ja mehr oder weniger bei 990 fest. Mal ist es dann wieder einer weniger, mal einer mehr und dann fällt es, oder zwei mehr und dann wieder einer weniger. Also wirklich, das ist schon ziemlich kurios auch irgendwie, warum und weshalb. Weil, ich meine, ich habe mich eh immer gewundert, warum es stetig mehr wären. Seien wir mal ehrlich. Können ja nur irgendwelche, äh, nicht eher, tendenziell eher nicht deutschsprachigen Menschen sein, die über so ein Bikini-Video gestolpert sind. Ein Strandvideo, sollte ich sagen. Klingt harmloser. Ähm, oder Nachtclub-Video. Okay. Äh, aber es war halt so, dass immer wirklich stetig mehr oder weniger jeden Monat, sagen wir mal, 10, 15 Leute dazugekommen sind im Schnitt. Aber jetzt die letzten zwei Monate ist da irgendwie totaler Leerlauf. Also jetzt den letzten Monat komplett sagt mir die Statistik, ich habe plus oder minus eins. Und denn die paar Wochen davor war es auch schon so. Über die letzten 90 Tage sind es, glaube ich, plus 30. Also da sieht man, die zwei Monate davor oder eineinhalb Monate, da ging es. Also mal schauen. Man sollte meinen, es wird schon irgendwann, aber ja, es ist kurios, dass ausgerechnet jetzt das Ding so stockt. Es ist ja nicht, dass nicht dauernd Nachschub kommt an potenziellen, äh, Verlockungs-Videos, Hust, die noch, äh, ein paar Monate länger weiterlaufen. Das kann ja egal. Ende letzter Woche, in dieser Woche hat er sich mal wieder ein wenig bei Amazon Videofilme angeschaut. Zum einen den Anime Expelled from Paradise. Er hat mir hier einen Trailer verlinkt, den ich jetzt nicht angeklickt habe, weil ich zu faul bin und die Mail vorher nicht gelesen habe. Auch geschickt. Naja, egal. Typische Anime mit Sci-Fi einer jungen Helden, die natürlich in einem extra engen und knappen Ausflug drum rennt, dabei ihre überdurchschnittlichen Argumente ordentlich wackeln lässt. Ja. Trotzdem wäre der Film ganz unterhaltsam, wenn ihm auch dieser Cell-Shading-3D-Look nicht so zusagt wie handgezeichnet. Das kann ich tendenziell verstehen. Hick, ähm, ich glaube, die neue Ghost in der Shell-Serie, die seit kurzem auf Netflix vorhanden ist, die ist doch auch irgendwie so komisch. Jetzt muss ich hier doch mal kurz draufklicken und schauen, was dieses Video mir sagt. Moment, ich will meinen Ton runterdrehen, damit ich ja nicht versehentlich was draufkriege, was ich nicht will. Deutscher Trailer von KSM-Anime. Oh je. Ah, okay, ich sehe das Outfit in einem anderen Thumbnail schon mal. Oh, Nitro Plus. Sehr gut. Hm, ja. Wer, wer auch zum, äh, also da kriege ich ja Kopfweh. Es ist ein Witz hier. Dieser Trailer ist 16 zu 9, aber hat Balken auf allen vier Seiten. Also wie bescheuert muss man sein, dass man so ein Video hochlädt. Eieieiei. Ah. Ne. Ja gut, vor fünf Jahren. Aber trotzdem. Letterboxd. Und, äh, gar. Ah. Naja, ich meine, sieht vom Look her eigentlich ganz akzeptabel aus. Das bisschen, was ich jetzt wirklich gesehen habe, weil viel war es nicht. So. Ja, gut. Könnte, könnte ich mir mal vorstellen, sowas anzuschauen, wenn ich nicht eine Million andere, ah, jetzt, die rumfliegenden Max, die waren gerendert. Das ist natürlich eher unsexy. Okay. Ja, wurscht. Ähm, dann hat er sich The Man with the Iron Fists angesehen, welche ihm mal so gar nichts gesagt hat, was schon etwas erstaunlich ist, da mit Quentin Tarantino Eli Ross zwei bekannte Namen den Film produziert haben. Und er, was Tarantino-Filme angeht, da ich dachte, alle seine Werke, wo er mitgewirkt hat, zu kennen. Ja. Und der Film ist eigentlich mit Russell Crowe, Lucy Liu, Dave Bautista, ah, und Daniel Wu nicht gerade unprämmend besetzt. Das ist wohl auch wahr. Story, Regie und Hauptrolle kommen dann von RZA, einem Wu-Tang-Mitglied, was aber nicht seine Welt ist, deswegen er ihn zwar vom Namen her kennt, aber nichts über seine Filme herkommt. Ah, stimmt. Ich entsinne mich, dass ich von dem Film schon mal gehört habe, aber das ist auch schon ziemlich alles, was mir dazu einfällt. Dass ich mal davon gehört habe, dass der von RZA ist und irgendwie, glaube ich, ziemlich, äh, naja, eigen sein mag. Keine Ahnung. So, er meint jedenfalls, man merkt im Film schon ziemlich deutlich an, dass Tarantino dran beteiligt war. Ziemlich übertrieben, auch an absurden Gewaltszenen. Die Art, wie die Story erzählt wird und selbst die Kamerawinkel und Schnitte hätten vom Meister persönlich stammen können, war schon sehr unterhaltsam, der Film. Naja gut, ähm, mal gucken. Ich habe Filme ja auch geschaut diese Woche. Komme ich nachher noch kurz darauf. Äh, als drittes hat er sich dann den zweiten Jurassic World angesehen, wo er sich eigentlich ziemlich sicher war, dass er ihn noch nicht kannte. Beim Gucken hatte er aber die ganze Zeit das Gefühl, dass er alles schon mal gesehen zu haben. Erst dachte er versehentlich den ersten angemacht haben, aber nein, es war der zweite Teil. Er ist sich aber eigentlich ziemlich sicher, dass er den Film nicht im Kino gesehen hat. Da wüsste auch nicht, dass er ihn schon mal woanders im TV oder Heimkino gesehen hat. Trotzdem kannte er das alles schon. Er glaubt einfach, sein Gerechtnis wird langsam alt. Kann gut sein, aber ich kann, ich habe den auch noch nicht gesehen, ich habe aber vage im Kopf, dass es auch die Aussage zwar, dass er A ziemlich schlecht wäre und B ziemlich, ziemlich nichts neu macht oder einfach nur alten Scheiß wiederholt so ungefähr. Könnt ihr da treffen. Nein, also ich habe diese Woche tatsächlich mal mein Disney Plus Abo benutzt. Yay. Ich habe zum einen, wie erwähnt letztes Mal, mir tatsächlich Frozen 2 angeschaut und kann sagen, ich fand den sehr gut. Er ist nicht so gut wie der erste, nicht ganz, weil natürlich nicht so frisch, weil er halt eben zweiter Teil und natürlich die Story, man merkt schon, dass die diesmal was ein bisschen Tieferes noch erzählen wollten und das Ganze ist auch ein bisschen düsterer angehaucht irgendwo und erwachsener um Blödsinn und halt eben nicht so locker flockig beschwingt. Es gibt zwar auch Ausnahmen, so der Song von Christoph zum Beispiel, wobei auch der thematisch ein bisschen reifer ist, aber die Art und Weise vom Song. Nein, also ich fand mehr oder weniger sehr viel Spaß gemacht, der ist richtig gut. Also den würde ich, wer Frozen nicht hasst, der sollte sich den zweiten auch anschauen. Also das, ich fand echt gut. Dann habe ich gesehen, gelesen, mitbekommen, da gibt es eine Doku zur Entstehung von Frozen 2 und die ist bei Disney Plus tatsächlich bei uns auch gleich erhältlich. Das finde ich sehr schön. Also der Gag ist ja Disney Plus, Frozen 2 ist bei uns seit letztem Freitag erhältlich. In Amerika war der schon länger drin, war es halt wieder Mai, Kino, Auswertung, irgendwas. Da gibt es ja auch Onward. Ne, der heißt nicht Onward. Ach, halt der neueste Pixar-Film ist in Amerika schon lange drin. Bei uns wird es noch länger dauern, schätze ich, bis er mal auftaucht. Und diese Doku ist aber relativ neu. Die ist von Ende Juni, glaube ich. Die ist von uns aber auch drin. Die habe ich mir angeschaut. Ich fand die super interessant. Die geht sechs Folgen, knapp vier Stunden oder so und wo halt wirklich die Leute, die Kameras quasi bei fast allem dabei sein durften und man genau, und dann auch wirklich die Krisen und dass da viele Änderungen noch vorgenommen worden sind, so basierend auf Feedback von Publikum und anderen. Also es war super spannend. Das ist spannend. Also ich fand es super interessant. Das kann man sich echt gut anschauen. Also ich habe keinen Schimmer, ob das, ich habe es auf Englisch angeschaut. Ich könnte jetzt, müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß, ob es jetzt untertitelt ist oder nur untertitelt oder synchronisiert. Gerade bei einer Doku, ich weiß es nicht. Was ich aber gemerkt habe, also Disney Plus bietet einem hier tatsächlich nur Deutsch und Englisch an. Was mich wundert, weil mein Englisch bietet logisch und Deutsch auch logisch, aber was ist mit den anderen EFIX-Sprachen? Was ist mit Französisch, Italienisch, irgendwas? Der Film ist, die sind ja, sind doch mit Garantie alle synchronisiert. Warum kann ich es mir nicht auswählen? Ich könnte ja ein Franzose sein, der jetzt in Deutschland wohnt, aber naja. Also zum Glück tut es mir nicht weh, weil die zwei Sprachen, die ich brauche oder wollte, die sind da und gut ist. Und dann habe ich mir noch einen Tag, zwei, drei, spontan noch Toy Story 4 angeschaut, der auch wirklich mir viel Spaß gemacht hat. Der ist auch richtig gut, hat ein bisschen, ein bisschen, mei, Boat Message klingt so negativ. Er hat ein bisschen erzählt eine Geschichte, hat vermittelt seine Themen gut, finde ich, ohne aufdringlich zu sein. Ist natürlich im Prinzip überflüssig, weil der Dritte einen absolut passenden Schluss gehabt hat, aber er ist nicht so, dass man sagt, ach, was für ein Mist, warum gibt es das? Er erzählt nichts wirklich Neues, macht es aber sehr gut und ist sehr lustig. Auch gerade in Englisch wieder, wenn man dann die Originalstimmen hat. Ähm. Und ja, also anders als zum Beispiel Cast 2 habe ich anderswo gesagt. Das war eine Fortsetzung, die echt, bäh. Cast 3 geht ganz gut, aber Cast 2, nee. Je weniger Mater, desto besser. Ähm. Was mir dann auch aufgefallen ist, Disney Plus hat offensichtlich sagt, aber du kriegst ja vielleicht die englische Tonspur, aber du kriegst auf jeden Fall die deutsche Bildspur. Was halt bedeutet im Fall von Toy Story, dass manche Sachen tatsächlich im Film selber geändert sind, also dass der Antiquitätenladen steht auch tatsächlich Antiquitätenladen und Zweite Chance oder wie er heißt. Ähm. Ich vermute mal, dass es bei Zootopia, Zootropolis, Zootmania, der hat ja überall andere Namen, ähm, ähnlich sein wird, dass dann die deutsche Bildspur drin ist, aber mein Gott, es gibt Schlimmes. Aber ich finde den deutschen Titel von Toy Story 4 halt so furchtbar. A Toy Story, niemand hört auf kein Kommando. Ich fand das, ich finde das so furchtbar. Ich meine, deutsche Filme in den Namen kann man ja über viele schimpfen und jammern oder meckern, aber das ist schon wirklich ein Tiefpunkt überhaupt. Ich meine, das ist noch schlimmer als The First Avenger für Captain America. Da könnte ich es mal wenig, da kann ich mal das wenigstens über Marketing erklären. Aber warum zum Henker muss Toy Story 4, äh, Toy Story heißen, was ja dann schon mal ein Anglizismus auch wieder noch ist oder halt einfach Englisch. Und dann dieser geschissene Untertitel, der so furchtbar ist. Aber egal. Also der Film war gut. Ja, war einfach gut. Und dann habe ich mir jetzt Lucifer wieder mal ein bisschen reingeschnuppert, um mich wieder anzuhipen für die fünfte Staffel und ich bin, da freue ich mich echt drauf. Aber es sind ja dann auch noch ein paar Wochen. Egal. Gut. Dann meint der Tokio. An Spielen hat er mal Nitro Plus Blasters in die PS4 geworfen. Das war er sich schon vor langer Zeit mal aus Japan mitgebracht, hatte. Und er weiß gar nicht, ob das Spiel auch im Westen erschienen ist. Doch, ist es. Äh, entweder von Marvelous oder P-Cube. Ich habe es vergessen. Ich besitze das nämlich auch. Und habe mir das mal günstig, also habe ein Code mir organisiert und auch mal günstig ins Regal gestellt. Einfach so, weil ich wollte. Und gespielt habe ich es natürlich trotzdem nicht. Aber doch, ja, das gibt es. Ich weiß auch demnach, was es ist. Aber, äh, das gab es bei uns. Auch hier in Deutschland ganz offiziell. Also, ja. Ähm, es ist halt ein typischer 2D-Klopper mit Figuren aus dem Nitro Plus Universum. Wozu? Zum Beispiel Supersonico. Ja. Oder auch die Olle aus dem oben genannten Expelled von Paradise gehören. Entweder kleine unschuldige Mädchen oder junge Frauen mit mehr als ordentlich Holz vor der Hütte. Aber alles noch recht züchtig. Ich habe meinen Lebtag eine Folge Supersonico gesehen. Auf Deutsch war er ja nicht. Ich weiß gar nicht, hat Amazon nur Deutsch angeboten oder war er japanisch? Aber egal. Äh, und ich habe eine Krise bekommen, weil die sich so, das ist halt so japanisch. Die entschuldigt sich für jeden Pups. Oh, es tut mir so leid. Oh nein, bitte verzeih mir. Und bla bla bla. Und, ah, und dann hat er ein Fotoshooting, wo dann der lüsterne Fotograf überredet, das naive Mädel mit den großen Titten, dass er doch noch in einen knapperen Bikini schlüpfen soll, den man dann nicht sieht. Aber er sieht ja eher Manager, der aus irgendeinem Grund eine Dämonenmaske auf hat, der kocht dann und dann gibt es, ah, halt egal. Und, ähm, ja. Gut. Also, ich fand, das war mir zu anstrengend. Das war jemand, der sich dauernd und ewig entschuldigt. Das ist übrigens so ein Nurse Love-Dingsens. Geht's in die gleiche Richtung. Aber, hui. Ah, naja. Egal. Das Spiel an sich ist ziemlich belanglos. Keine Highlights sind im Beat-em-Up-Bereich, aber es spielt sich flott zugänglich, was ihm besser gefällt als zu komplexen Werke wie Blast Blue. Für ein paar Runden haut drauf. Genau. Richtig. Dies kann ich nachvollziehen. Ja. Das geht mir auch so. Kloppen, ein bisschen zur Gaudi, draufhauen, ohne viel lernen zu müssen. Ist gut. Das macht Spaß. Äh, oder eher ist noch Spaß. Wenn mir beim zweiten Witcher das Aufsammeln von Geekstand auf die Nüsse gegangen ist, meint er, wird mir das beim dritten Teil nicht besser gefallen. Ist auch nicht so komfortabel. Und die Nüsse sind trotz Optimierung durch Patches auch nicht wirklich zugänglich. Ja, das ist halt so. Das glaube ich dann. Aber, wenn man will, dann geht's schon. Ich meine, bei den Elder Scrolls Spielen muss ich auch alles aufheben. Und krieg's nicht durch drüberlaufen, aufgesammelt und so weiter. Und die Nüsse muss man hin und her organisieren und alle Jubeliade ins Dorf teleportieren, damit man wieder was abschmeißen kann und so weiter und so fort. Ja, ich kenn das. Aber, naja. Man kommt natürlich mir nach einer gewissen Zeit klar, aber wirklich viel Zeit will man in den Menüs nicht verbringen. Nichtsdestotrotz, das Spiel natürlich ein Highlight. Er müsste endlich mal das letzte Zusatzkapitel angehen. Ja, mach mal. Dann wird's vor Cyberpunk noch fertig. Äh, ja. Schauen wir halt mal. Ja, dann, äh, ja. Kann ich nachvollziehen. Fragen. Welches Need for Speed würde ich im Nachhinein als das Beste bezeichnen? Ähm. Ja, es ist, glaube ich, so richtig objektiv, einschätzen, ist schwierig, äh, oder sachlich. Ich hatte immer, also ein paar, die mir irgendwie besser gefallen haben, waren, ähm, ich würd gern sagen, Underground 2 fällt mir aufs Erste, weil da, das, das war ja noch eins der Frischen mit Tuning Nacht und Stylish und so und das hat auch gut funktioniert. Also entweder 1 oder 2, dann, ähm, bah, fuck. Wie hieß es? Hot Pursuit, würd ich gern sagen. Ich glaub, das sechste, äh, das war, also nicht die Neuauflage von Criterion, sondern das, das Normale, was auf der PS2, glaub ich, existiert hat und auf Xbox und Cube, glaub ich, und das waren die schlechteren Umsetzungen. Wo also noch relativ klassisches Need for Speed war, durch, durch Landschaften fahren, linear und so, aber cool gemacht. Das hatte auch, wie schon, wie so viele Need for Speeds auch seine Ruckelproblemchen, aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Und, äh, Most Wanted auf der 360. Das, auch das hat ein bisschen geruckelt. Das war das Erste, wo, dass die Open World und Polizei Dinge so noch größer hatte mit der Duellliste. Ich hab's nie durchgespielt, weil mir die Polizeiakten irgendwann zu nervig geworden sind, aber es war halt frisch, im Sinne von, es hat, war ein Einstieg in die damalige Next Gen, sah auch optisch schick aus, hat, auch Trotz Ruckelung hat gut funktioniert, hat sich irgendwie cool angefühlt, war halt noch nicht so abgenutzt. Das wären die, denke ich, die mir jetzt einfühlen. Mit Abstrichen noch das Hot Pursuit von, von Criterion, auch wenn das irgendwie sich nicht ganz richtig wie Need for Speed anfühlt, war es insgesamt doch ganz gut. Ähm, ja. Und für den Neueren, boah, die kann man alle spielen, aber es ist nicht eins dabei, was mich wirklich flashert. Ich würde fast noch am ehesten Payback sagen, auch wenn das viele Leute nicht mochten und natürlich am Anfang dieser, äh, Grinding-Random-Aspekt beim Aufleveln oder beim Autotunen ziemlich nerven konnte, aber da hat, da hat die Umgebung und das Spielsystem an sich hat mir mehr gegeben, wie bei den letzten, und das letzte neue, äh, wie ist das neueste? Heat, Heat fand ich eher, boah, also nicht schlecht, aber halt einfach belanglos. Naja. Far Cry 6 kommt, überraschend, not, ja. Schon mal einen Teil gespielt, und wie ist meine Meinung zur Serie? Äh, leider nicht, ich hab's jetzt auch da wieder so gut wie alle, und ich hatte auch immer mal vor, eins zu spielen, ich glaub Far Cry 4 fand ich vom Thematik her am interessantesten, aber es ist halt letzten Endes auch doch ein Ego-Shooter, und da bin ich halt nicht so gut, und irgendwie hab ich mich da nie dran getraut. Wobei Primal wär auch mal recht spannend, weil das hier doch was anderes ist. Ähm, ich find's, Szenario-technisch teilweise sehr reizvoll, 3 und 4 vor allem, aber ich, sonst kann ich halt einfach gar nichts zu sagen, weil ich's einfach nicht gespielt hab. Wobei das letzte war doch dieser Spin-Off von 5 mit den Schwestern. Ich hab den Namen vergessen, aber, ja, dieses Semi-Halbe-Halb-Spiel quasi, egal. Das Lego-NES, nettes Teil oder Geldmacherei, um die Klötzchen der Nintendo noch reicher zu machen? Äh, vor allem wird's natürlich Lego-reicher machen, denk ich. Beides, ich find das super cool, also, ich hab ja nie ein NES gehabt, und 8-Bit-Ära hab ich ja noch mit Heimcomputern verbracht, und ich hab auch überhaupt kein Interesse, jetzt 8-Bit-Spiel zu spielen, weil die im Gegensatz zu 16-Bit nicht super stylisch aussehen, finde ich, also 16-Bit kann man immer anschauen, 8-Bit ist schwierig, und C64 ist halt Nostalgie dabei, und auch das Atari, wenn man so will. Also 8-Bit ist genau die Stelle, wo's bei mir noch nicht greift, so ungefähr, wo halt irgend so, ja, Leerlauf. Ähm, aber ich find das Ding ist super cool gemacht, auch mit diesem Fernseher und dem Einlegballmodul und alles, äh, saucool. Äh, und der Preis ist ja eigentlich gängiger Lego, also, das kostet ja jetzt nicht extra teuer, das sind 2600 Steine oder was, kostet 230 Euro, äh, das ist gängiger Lego-Tarif für Sets von dieser Größenordnung. Also, ich find die Mario-Sets, die find ich gruselig, die gefallen mir optisch kein bisschen, und die Menge, alleine die schiere Menge, die es da gibt, jenseits von Gut und Böse, ähm, aber das NES irgendwo find ich saucool, aber ich werd's mir nicht kaufen, denk ich, weil es ist völlig absurd. Ich bin ja auch kein, kein Lego-Freak. Ich hab mein, mein Erwachsenen-Lebtag ein Lego-Set gekauft, das war dieses John Lightcycle, wo man ja sehen kann auf meinem fantastischen Kanal in der Extrem-Playliste. Sowohl das Unboxing als auch das Zusammenbauen, ähm, das hab ich halt gekauft, weil es John war und ich das cool fand. Ja. Nö, also wie gesagt, äh, es ist alles und nichts. Also wie Abzocke, äh, Geldmacherei und tolles Teil, beides, wenn man so will. Muss man halt in sich vereinbaren. Ja, für welche Konsole besitze ich eigentlich die meisten Spiele, falls ich überhaupt noch einen Durchblick habe? Ähm, ja, so halbwegs schon. Ähm, ich mein, ich könnte auch nachgucken. Also Sporn, ohne, ohne nachgeguckt zu haben, würde ich jetzt mal auf die 360 tippen, tatsächlich. Also PS4 ist nicht mehr viel dahinter inzwischen. Und PS2 und Xbox hatte ich auch recht viele. Ähm, das werden die sein, aber die 360 habe ich, glaub ich, tatsächlich am meisten. Ja, also wenn wir jetzt nur von Retail-Spielen ausgehen, sonst ist wieder alles nochmal was anderes, weil natürlich, dann sind die One und, äh, PS4 natürlich ganz vorne, weil es natürlich tausende Indie-Download-Spiele auch noch gibt, die es ja früher nicht so in diesen Massen gab, zumindest. Aber, also ja, verpackt, 360 und dann, würde ich sagen, PS4, bin ich mir relativ sicher. Ja, ähm, genau. Genau. Und welche Sollkaliber-Hupen-Pardon-Frau sagen wir da am ehesten zu? Ähm, mei, äh, ganz banal, äh, die Ivy, völlig überraschend. Wobei mir Ivy auch da tatsächlich die, die ein bisschen zu viel des Guten geworden ist in späteren Teilen, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie sie jetzt im Sechser aussieht. Ähm, die Ivy rückt schon ein bisschen ins, ins Bereich BBW, wenn man so will, das selber googeln. Ähm, und die anderen, also die sind, da steht da, wie soll ich sagen, die sind grenzwertig, Proportionen, ein bisschen zu viel, das sind ja, ich meine, wenn, wenn die DOA-Mädels realistischer proportioniert sind, wie die von Sollkalbu, dann weiß man, dass Sollkalbu wahrscheinlich irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, von den anderen fallen mir gar nicht so viele ein. Mai, Taki, der, ihr komisches Ninja-Outfit, finde ich nicht so, hm, ähm, ähm, ja, da ist nicht viel hängen geblieben. Sofizia, Mai, ist Helena auch besser. Ähm, ne, also Ivy hatte halt, äh, durch, auch dieses komische Kettenschwert ist halt auch irgendwie cool und die war, ja, also Ivy, wahrscheinlich so ab, in den ersten ein, zwei Iterationen, wie gesagt, die späteren Teile, da, da wird sie mir ein bisschen zu viel auf, schauen mir auf die Hupen, getrimmt, aber, selbst mir, aber, ja, egal. Das soll's für diese Woche gewesen sein, mein interessantes Wochenende, Wünsche der Tokio, danke gleichfalls. Und ich bin jetzt für den Donnerstagabend fertig, das waren die zwei Mails, knapp 50 Minuten, ja, gucken wir halt mal, was jetzt am Freitag noch zusammenkommt. Und das werden wir ja dann bald erfahren. Für mich dauert es noch ein paar Stunden länger, für euch ein paar Sekunden, dann geht's nämlich hier unmittelbar weiter. Und weiter geht's. Und lustigerweise, nicht am Tag danach, wie ich vor einer Reihe noch gedacht habe, sondern zwei Tage nach. Das kann passieren, dass man so im Kuddelmuddel, obwohl ich diese Woche Bürodienst hatte, huch, also raus in die Welt und nicht Homeoffice, ähm, ich hab am Mittwoch schon aufgenommen, nicht am Donnerstag. Hoppla. Ist ja aber auch egal, letzten Endes, weil die Mails waren ja da. Und jetzt sind wir am Freitag. Und bevor ich zu den letzten, verbliebenen Mails komme, das, ich sag ja immer, es wird alles kürzer, diesmal wird's kürzer, weil ich sehe, was noch da ist. Ähm, und ein bis zwei prominente Pausierer, was mich jetzt ein bisschen erstaunt, aber kann ja passieren. Aber egal. Kommen wir drauf, wie jetzt erstmal schnell die YouTubers. YouTube-Kommentar-Folk, da hab ich ja. Wer nicht aufgepasst hat, das fände ich natürlich skandalös, diese Woche gab's zwei unangekündigte neue Videos von mir. Mhm. Zwei. Und zwar das von heute, also vom Freitag, das Hatsune Miku-Video, gut, das ist noch ganz frisch, da, auch interessant, äh, die Anschauzeit, die durchschnittliche ist, äh, nicht vorhanden quasi. Ich weiß nicht, wieso klickt man überhaupt drauf? Versteht doch drauf, was es ist. Hatsune Miku, projektiver Future Tone, der ist mega, Megamix Encore Pack, oder wie's heißt, das sind nämlich genau genommen die zehn Songs, die in der Switch-Version von Megamix eben, die vor Zeit lang rauskamen, neu waren, oder nur darin, die gibt's jetzt als Add-on für die PS4-Version, also eben Future Tone, und die hab ich mir zur Gaudi geleistet. Weil dann haben wir gedacht, erstens mal, weil, ich muss zugeben, die Switch-Version hat mir nicht so viel Spaß gemacht beim Spielen, weil, äh, sieht zwar, der Anime-Look ist okay, aber es fühlt sich nicht so smooth an, und dieser alternative Steuerungsmodus, da tun einem die Handgelenke schneller weh, wie bei anderen Tätigkeiten. Ach, übrigens, Waifu uncovert, ähm, ja, muss man vielleicht auch nicht unbedingt spielen, zugegeben. Äh, ja, da ist vor allem die Frage, warum der Ein-Finger-Modus am Anfang gesperrt ist. Hm, na gut, ähm, jedenfalls, äh, aber die Songs hatte ich gerne, und deswegen hab ich jetzt alle Songs auf meiner PS4, und da hab ich mir gedacht, ach, was soll's, nehmen wir's mal auf und schauen mal, was mit dem Video passiert. Ähm, ja, alle zehn Songs am Stück, wer so Geld sparen will, es kostet 15 Euro, was übrigens auch tatsächlich fast schon billig ist, weil in, äh, Japan drüben kostet, glaub ich, dieses Pack, äh, 3000 Yen oder so, was ungefähr das Doppelte ist, also schon absurd. Aber gut, ähm, ja, hab ich halt aufgenommen, zusammengeschnitten, hochgeladen, mal geguckt, was passiert, und dann kamen die ganzen Copyright-Notizen rein. Also, zehn Songs, insgesamt sieben Notizen, also drei Leute haben offensichtlich kein Problem damit, und davon waren sechs für die Musik und eins fürs Video, ob das dann die Musik beinhaltet, weiß ich nicht. Interessant, also für die Bildinhalte. Das hab ich, das passiert nicht so oft. Äh, das hab ich eigentlich normalerweise nie. Ich hab immer bloß Musikgeschichten. Einmal hat's mal eben ein, ein Intro verrissen, in Anführungszeichen. Das hieß dann, nee, das darfst du auch nicht zeigen und nichts und boh. Also, Werbung mach ich ja eh nicht damit. Ich fand's bloß ganz lustig. Außerdem hab ich jetzt probiert, äh, kann mal jemand sich das anklicken? Hahaha. Und mir dann sagen, äh, zum einen, damit ich einen Klick hab, zum anderen sagen, ob diese Chapter-Funktion oben im Video jetzt schon läuft. Ich hab nicht den Verdacht, dass die auch erst ab 1000 Leute geht. Aber wenn ich jetzt selber draufklicke, dann, dann, ich, klingt doof, aber ich möchte mir ungern selber Klicks vergeben, damit das Ergebnis nicht so verfälscht. Ja, egal. Also jedenfalls ist das Video ganz frisch, egal. Und vor ein paar Tagen hatten wir ja die, ein Extremvideo, nämlich die Perp Games PSVR Fullset Collection Update erstes Halbjahr 2020. Immerhin sechs Spiele. Haha, sechs Spiele. Haha, 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 sind mir heute lustig. Äh, oder ich vor allem. Ähm, jedenfalls diese hab ich vorgestellt und erzählt, kann man ja anschauen. Es ist ein schönes Video geworden, finde ich. Schaut es euch an, wer den noch nicht hat. Buh, sind kein paar mehr. Nee, wär auch okay, egal. Der MD Elite meinte dazu dann auch, endlich mal wieder ein neues Video. Der hat's uns wahrscheinlich angeschaut, ja. Und der Cookie meint, der ja mir keine zusätzlichen Mail mehr geschrieben hat. War ja letztens, in der Meldi ja vorhin schon abgearbeitet wurde, war ja auch alles drin. Also passt, keine Angst, alles gut. Ja, mein PlayStation VR war für ihn ganz interessant, jedoch ist der Reiz bei ihm inzwischen verflogen. Gesammelt hat er zum Glück nichts, weder Hardware noch Software auf Disk. Durch PlayStation Plus besitzt er ein paar Titel und zwei oder drei hat er sich nochmal so gekauft. Äh, welche Hardware denn sammeln? Also entweder Brille und fertig. Was gibt's denn sonst noch? Brille und Move-Control natürlich. Ähm, ja. Ich will's auch nicht jeden Tag sklavisch und sagen, oh wie geil, ich kann VR spielen. Ich bin, diverse Spiele wie eben auch dieses Mini-Mod der WMX bin ich ganz froh, wenn sie einen Flat-Modus auch haben. Ähm, aber das war halt mal so ein, vor Weihnachten letztes Jahr eben so, so eine Spinnerei. Ach, das lege ich mir jetzt einfach zu aus Gaudi. Und jetzt mach ich's halt auch weiter. Wobei es mit Pixel-Rip, das nervt mich immer noch. Da hab ich eigentlich so gar keine Lust mit E-Mail drum zu eiern. Aber was soll wir machen? Ähm, ja, klar, muss man nicht haben alles. Ich mein, es gibt wenig wirklich Feuerspiel, sind wir ja immer wieder mal. Astro-Bot ist halt, das sollte man schon mal gespielt haben, finde ich. Moss bietet sich an, ist eine hübsche Erfahrung und Beat selber ist halt super zum Zappeln. Sofern man die Musik natürlich verkraften kann. Das ist halt so nicht. Ich bin auch immer noch enttäuscht, weil Beat selber, jetzt teasen sie gerade wieder, dass bald vielleicht irgendwas kommt. Naja, das heißt, sie haben sich an Facebook verkauft und dann so nach dem Motto, ja, mit diesen Ressourcen können wir alles viel schneller und besser und toller machen. Und ich hab eher den Eindruck, dass die Songmenge dadurch eher geschrumpft ist. Das könnte man jetzt natürlich auch ein bisschen auf Corona schieben, natürlich. Aber das war auch vorher schon nicht so, dass jetzt rasant mehr geworden ist. Das letzte war dieses Gratislied zum Fitbleiben während Corona. Das sind es auch schon drei Monate oder so. Und dann davor Timberland, was ja ganz nett war. Und davor war es, glaube ich, Green Day, was ich nicht so toll fand. Das war im Dezember. Also ein bisschen mehr könnte da schon kommen. Ich würde ihm ja das Geld geben sogar, aber dazu müsste es halt was liefern. Egal. Ja gut, also jedenfalls, ja, kann ich schon ein Stück weit verstehen. Ich spiele es halt also aus beruflichen Gründen öfters auch mal so. Und es macht natürlich das Leben auch leichter, wenn man auf die Sachen ein bisschen besser Zugriff hat, ohne dass man alles immer gleich sofort kaufen muss. Logisch. Iron Man ist auch ganz nett, wenn man sich mit der Steuerung mal irgendwann anfreunden kann. Was jetzt zugegeben nicht so ganz super leicht ist. Aber gut. Dann Bla-Kommentare. Da fällt mir gerade auf, ich vermisse. Ne, da sind sie alle. Gut. Ah, okay. Zum Thema. MD Letement. Warum nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Bei fünf Minuten Fahrzeit. Da freut sich auch die Umwelt. Und der Aldi meint genau, mal den inneren Schweinehund in die Klöten treten und was Gesundes machen. Gesundes machen kann ich auch immer noch so, wenn ich mal Lust und Laune habe und in der Freizeit. Und nein, Autofahren. Da freut sich die Umwelt. Das mag schon sein. Aber ich freue mich auch, wenn es mir gut geht. Ne, es ist einfach so unpraktisch und ich habe keine Lust. Erstens zum einen, ich habe gerade kein Fahrrad. Ich müsste mir erst eins kaufen. Das habe ich schon irgendwie noch vor, weil irgendwann möchte ich auch mal wieder ein bisschen abnehmen. Und da war Fahrradfahren kein schlechtes Mittel. Aber halt, da bringen einem dann die paar Minuten in der Arbeit hin und her aber auch nichts. Das kann man, glaube ich, guten Gewissens so sagen. Nein, mir sind die Unwegsamkeiten. Wenn ich Zeug transportieren will, ich muss auch mal ein Gerät mitnehmen. Das ist mit dem Fahrrad doof. Und das Wetter kann scheiße sein. Und dann auch wenn es nur fünf Minuten sind, ich habe es dick, wenn ich patsch nass bin hinten nach. Nein, das ist nichts. Das muss die Umwelt halt verkraften. Und ich, für mich ist es okay. Ich zahle ja dafür auch genug Steuern, weil das Benzin von auch durch die Kurzstrecken so hoch ist. Aber gut, es ist halt so. Gut, der Aldi meint dann noch, der muss seine Xbox verteidigen quasi. Selber schuld. Dank Game Pass hat er fast 100 Spiele installiert und immer noch keine Probleme mit dem Xbox Dashboard. Die von mir beschriebene Fehler. Spiel startet nicht und updatet. Nicht hat er fast nie, vielleicht einmal in zwei Monaten. Das ist dann immer noch zu viel, weil auf der Playstation hat man sie halt einfach nie. Also zumindest, dass das Spiel nicht startet. Dass die Updates nicht kommen, das ist bei der Playstation gewollt. Bei der Switch übrigens auch scheinbar. Und bei der Xbox ist mein Eindruck inzwischen auch, weil ich wüsste nicht, was ich denn bitte schön falsch machen sollte, wenn ich sage, bitte im Standby. Und der updatet ja auch, aber halt nicht alles. Gefühlt, ich kann mir nicht vorstellen, dass immer jeden Tag 20 neue Updates auftauchen, weil wenn ich sie anschalten, in der Hawaii tauchen sie dann doch ab und zu irgendwelche auf. Egal. Wie auch immer. Ja, und da spielt jeden Tag mehrere Stunden auch mal vier Spiele durcheinander. Kann sein, dass das Dashboard vor 2018 noch anders war, aber seit es einen Xbox hat, Sommer 2018, funktioniert die Konsole einwandfrei. Also nichts ist dann noch. Dazu kommen noch circa 20 Retail-Spiele und circa doppelt so viele Download-Spiele, die nicht im Game Pass sind. Plus die Games mit Gold jeden Monat. Auch das gleichzeitig Verwenden von Apps und Spielen, zum Beispiel Spotify und beliebiges Rennenspiel, funktioniert ohne Probleme. Also das Problem, also bei Spotify hat ja auch noch nicht ein Problem. Aber, ähm, was kann man sonst so groß nebenbei? Aber das Parallele Verwenden, ich meine, der Knackpunkt ist eher, dass halt alle möglichen Sachen in Apps ausgelangt sind. Ich glaube, wenn man sich die, äh, oder halt irgendwas laden muss, alleine den Store laden, das ist gut, das meinen die anderen zwei auch, aber das dauert hier, ist halt alles so ätzend und so behäbig. Ähm, ich kann dir aber sagen, mit 100 Spielen, das ist nicht viel. Leg eine Null zu, dann bist du bei mir so langsam in Reichweite. Das ist natürlich Heavy-User, das ist mir alles bewusst, aber trotzdem, ähm, ich habe auf der Playstation bin ich auch Heavy-User und da habe ich diese Probleme halt nicht. Und auf der Xbox, es ist einfach, es passiert immer wieder irgendwas, was man, was einfach ärgert, weil sich das Ding in Betrieb einfach scheiße anfühlt. Ich meine, ich weiß das auch in der Arbeit, da ist lang nicht so viel installiert, die fühlt sich besser an. Natürlich. Das war übrigens bei der 360 auch schon so, wenn man zu viele Spiele in seiner, äh, in seiner Bibliothek hatte, dann hat die mal, je nach Revision, mal gerne nach Dashboard mal ein paar Minuten gebraucht, bis sie überhaupt angezeigt wurden. Das ist jetzt bei der, also das aktuelle Dashboard in seiner jetzigen quasi-Wieder-Variante, äh, ist wieder ein bisschen besser. Wobei auch ich, ich bin halt in diesem Insider-Ding drin, da hat man ja immer die Beta-Dashboards, da kann man auch immer streiten, ob das mit Schuld ist oder nicht, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Man kann's bedienen, natürlich, aber es ist einfach nicht schön und macht keinen Spaß und dem, wenn mal was läuft, dann läuft's, das ist schon richtig. Also mir fliegt, rausfliegen aus dem Spiel, das tue ich auch eher selten bis gar nicht, aber, äh, aber, äh, es nervt einfach. Es nervt mich einfach. Die Kiste ist nicht schön zu bedienen. Ich meine, ich hoffe mal, dass die Series X das ein bisschen besser macht, vor allem, weil ja dann offenbar man dann seine Xbox alt einmodden darf, weil sie, wenn sie die X jetzt schon gar nicht mehr produzieren, ich meine, wenn da alles drauf läuft und ich genug Festplatten anstecken kann, dann gibt's keinen Grund, dass ich die alte weiter da haben muss. Ich hatte auch kein Problem, die alte zu laufen zu lassen, aber natürlich gibt's, ja gut, zum Auslagern für alte Spiele, die von, äh, wobei ja auch so, oh Gott, wie ist das eigentlich? Verspricht Microsoft auch permanent bessere Performance für die alten Spiele? Ich glaub schon, oder? Mit Ladezeit, da reiten sie nicht so sehr drauf rum, wieso, ist ja auch egal. Jedenfalls mal gucken, mal gucken, was nächste Woche jetzt passiert. Das ist, äh, äh, ja. Ja, das wird spannend, ja. Was allerdings wirklich nervt bei der Xbox ist, meint er, dass es gefühlt alle vier Wochen Probleme mit Xbox Live oder anderen Services bei Microsoft gibt. Erst gestern wieder über stundenschlechte Download-Speeds und Verbindungsabbrüche, sodass er sechs Stunden offline WRC 8 spielen musste. Naja, äh, WRC 8 ist gut, das stimmt, sechs Stunden, puh, das ist Ausdauer. Ähm, das krieg ich schon am Rande mit, das tangiert mich nicht so sehr, äh, das, 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 das ab und zu, ich meine, Sony hat ja auch, ist jetzt auch nicht die ultra-stabilste Online-Geschichte und die Download-Speeds, da, das kann ich, das wiederum würde ich unterstreichen, da ist Microsoft besser. Also ich hab im Schnitt bessere, stabilere Download-Speeds bei Microsoft. Bei Sony, ich hab jetzt die Tage wieder ein, zwei Spiele, äh, privat und oder aus der Arbeit, arbeitstechnisch runterladen dürfen und dann wagt man sich, warum zum Henker deckelt das Ding bei, bei vier Megabyte in der Sekunde, was, Pi mal Daumen, Müffel 33, MBit 40, irgendwas ist, äh, 30. Also jedenfalls ein Drittel meiner Kapazität, die ich theoretisch fahren könnte. Und das ist stabil. Also es ist nicht, dass es schwankt, das war wirklich stabil über längere Zeit und der Pausieren-Trick, der hat natürlich auch nicht umgeholfen, aber danach hab ich ein anderes Spielzeug-Audi probiert, das lief dann auf Vollspeed. Was zum Henker? Ähm, das könnte an der Uhrzeit liegen oder auch nicht, das ist schwer zu sagen. Das ist auf jeden Fall auch nervig, gerade wenn man doch was Größeres runterladen will. Äh, und ich hoffe mal, dass das jetzt, vielleicht ist es Corona, die Corona-Bremse, die ja alle angeblich für die benutzt haben, immer noch oder irgendwas auf jeden Fall, da hätte ich nichts dagegen. Und nein, meine, meine, oh, doch, meine Playstation hängt am Kabel, also das beschissene WLAN der PS4 ist es nicht, weil das ist wirklich kacke. Also über WLAN PS4 benutzen ist nicht die beste Idee. Also vor allem, wenn man runterladen will. Aber gut, ja, so viel dazu. Dann hat da Aldi noch Tipps zum Thema Vita-Tipps, noch ein paar von ihm. Äh, wenn also der, äh, gute, wer war's? Namen und ich, der Robby, das hier zufällig noch hört, schau in die Kommentare auf YouTube bei BLA224. Da hat er dir ganz viele Spiele reingeschrieben, wo ich nicht alle unterschreiben würde. Vor allem, ich meine, du spielst auch alles, was nicht rechtzeitig wegrennen kann und irgendwie japanisch ist, oder? Hakivas Tipp und Beat würde ich nicht unterschreiben. Atelier Blablabla, würde ich sagen, spielt es lieber auf dem System, das die Power auch hat, aber egal. XM Verge ist okay, äh, ist okay, sehr gut, aber auch da weiß ich nicht, wie gut die Vita-Version läuft. Corpse Party, habe ich nicht gespielt. Criminal Girls, naja. Danganronpa, ja. Demon Gaze, nicht gespielt. Everybody's Golf, habe ich gesagt, glaube ich, ja. Fate X Teller, naja, fand ich doof. Freedom Wars, nicht gespielt. God Eater, nicht gespielt. Grand Kingdom, nicht gespielt. Gravity Rush, hat einen cool Look. Atunemiku, naja, gut, das offensichtlich kann man spielen, aber kann man auch, wenn, würde ich jetzt auch auf eine neue Version mit mehr Liedern greifen. Hyper Dimension Neptunia, ne, da gibt es ungefähr 18 Stück davon. Äh, naja. J-Stars Victory, ne, kloppi kacke. Killzone, ist wohl okay. Merry Skelter, hm, ja. Dungeon Crawl, okay. Muramasa Rebirth geht. Neon Chrome, naja. Belanglose Twin Stick Shooter. Odin Sphere, ja, Vanilla Bear, schaut halt cool auszumisten. One Piece Diverse, ne, danke. Persona 3 und 4 Dancing. Fünf gibt's natürlich übrigens auch, aber wenn, dann vier, hätte ich gesagt. Äh, Ray Gigant, Giant, ja, Ray, wie spricht man jetzt eigentlich? Ray Gigant wahrscheinlich. Gigantic. Ja, wie auch immer. Äh, habe ich kurz angespielt, war gleich cool. Resistance, weiß ich jetzt nicht. Risk of Rain, ne, ist es scheiße. Äh, Root Letter, ja, ist ganz nett. Senran Kagura, naja, okay. Straits of Short City, nicht gespielt. Tales of Hearts. Warum nur das? Gibt's auch andere Tales auch, oder? Keine Ahnung. Äh, na, weiß nicht. Terror Bay, ja, ist ganz nett. Tesla Grad, nicht gespielt durch. Trails of Cold Steel, ne, da schwärmt Thomas ja auch immer. Tokyo Xenadu, ist ganz okay. Turkiden, ne, wenn man Monster hunting mag. Trillion, äh, Unge, äh, bläh, 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 naja. Uncharted, ja, ist okay, aber es ist halt schlecht, dass der Uncharted. Wipeout, ist klar, das hat er, glaube ich, schon. Yomawari, naja, hat sie irgendwas? Üß, ja, auch vielleicht in die Zero Escape Reihe, ja, das unterschreibe ich. Na gut, ja, okay. Dann meint er noch, oh, ich habe ich die letzten paar Folgen Kanachan TV gesehen, in denen sie im Supermarkt Werbung mit ihrem Konterfall entdeckt oder sie packt Wrestling-Sammelkarten aus. Er schaut doch schon eh kein WWE mehr, aber Kanachan geht immer nie. Ich sehe die Videos immer, aber ich bin zu faul zum Zuschauen. Ich, ich, ich finde das schon charmant, aber irgendwo bin ich da nur so, muss ich auch Lust haben. Und letztens habe ich halt mehr Lust auf 3D-Botmaker. Da bin ich halt voll angefixt und freue mich auf jedes Video, das kommt. Und auch wenn jetzt das DeCamaro-Wettbewerb im Sommer, naja. Aber 2D und 3D sind halt einfach göttliche Kommentatoren, sind einfach super. Ja, aber Kanachan ist natürlich nett und cool. Am Wochenende gegen wen kämpft sie? Niki Krauss, glaube ich, oder? Ist ja Horror-Show at Extreme Rules, also wieder ein Cinematic-Match mit noch dazu Bray Wyatt. Das wird wahrscheinlich totaler Dreck. Und die anderen Sachen werde ich mir, ich werde es wahrscheinlich schon wieder anschauen, wie üblich, zumindest an mir vorbeiplätschern lassen, zumal ich habe nächste Woche Urlaub und dann kann ich ja ausschlafen, so gut oder schlecht wie immer. Aber gut. Gut, die YouTube-Kommentare durch. Haben wir die Stunde geknackt? Ja. Dann haben wir, ich habe ein Lebenszeichen vom Dominik, er meint, er hat jetzt auch privat andere Sorgen gerade sinngemäß, nee, nicht näher ausgeführt, muss man mal nicht sagen. Kann ich nachvollziehen, habe ich ja auch. Aber kein Corona, das ist schon mal auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn es das nicht ist. Er meldet sich aber nächstes Mal wieder in gewohnten Frisch und Länge. Freue mich. Danke. Dann schauen wir mal. Alles Gute an, 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 überhaupt für halt die Situation. Dann habe ich hier noch ein lustiges Bild. Wie nennt man ein heulendes Kondom? Es ist ein Weingummi. Ja. Und, äh, ja, ein Kanacan-Video, wo eben Kanacan gerade diesen Tower of Power auf ihrem Megadrive Mini diese Aufsätze drauf stoppt, wo er immer sie die her hatte. Ich habe das Video nicht gesehen. Und links hat sie einen Fresskorb mit, ach Gott, mit allen möglichen japanischen Fresszeug. So, nämlich an meine Tokio Treat Bestellungen, wo ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen muss, Tokio Treat ist ein Scheißladen, der kein Geld verdient hat, weil der Service ist zum Kotzen gewesen. Wenn was schief ging, dann haben sie einen an der Nase rumgeführt wie die letzten Arschlöcher. Also ich habe mich so geärgert und bin so froh, dass ich da mit PayPal dabei war und mein Geld wiederbekommen habe. Also das, ich meine, wenn die blöden Wichser nicht in der Lage sind, ihr Zeug so zu reglerieren, dass es durch einen Zoll geht, was scheinbar das Problem war, dann sollte man vielleicht nicht nochmal wieder rausschicken und nicht so rumtun und, ja, kommt ja vielleicht noch, ihr Arsch. Ich rege mich auf, wie man merkt. Und dann haben sie mich bei Facebook von ihrer Seite blockiert, damit ich nichts mehr sagen kann, die dummen Wichser. Also, ja. Und seitdem habe ich hier keine so Essensexperimente mehr bestellt. Ich habe schon ab und zu mal Lust, aber, mei, dick werden kann man von Deutschen, knapper waren, genauso glaubt man es. Okay, dann. Und den letzten für heute tatsächlich schon, wie gesagt, ein bisschen kürzer diesmal, ist der gute Diego, der mir da meint. Deadly Premonition 2 hat ihn erstmal voll aus Persona 5 gerissen. Oje. Armer Irrer, kann ich nur sagen. Er feiert das Game so hart. Eben. Auch wenn es technisch unterm Hund ist, aber es macht so viel richtig, was AAA-Titel eben nicht machen. Es ist wie AA, nämlich scheiße technisch. Atmosphäre, Humor, Dialoge und Soundtrack sind Bombe. Er liebt es. Na gut, ich meine, selektive Wahrnehmung, ich gebe es zu, ich habe das Erste nicht gespielt, ich werde das Zweite nicht spielen. Wobei es ja eigentlich so klingt, als ob es was für mich sein könnte, aber ein Minimum an Komfort und technischer Qualität muss halt doch da sein, sonst hört es halt auf mit dem Spaß für mich. Und dann, ja, egal. Fragen. Was meine ich, sehen wir nächste Woche noch was, sehen wir nächste Woche noch, was meine ich? Also ich hier. Sehen wir nächste Woche noch was von Nintendo? Klammer Gerüchte. Wenn es Gerüchte gab, habe ich es noch nicht mitbekommen und ich glaube, nein. Also, ich meine, Nintendo muss ja jetzt, es kam ja diesen Freitag mit Paper Maya das letzte angekündigte Spiel mit Termin raus, tatsächlich. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo das dann ausgerechnet nächste Woche macht, weil nächste Woche gibt es nur einen Termin, der wichtig ist und groß und das ist Microsoft am Donnerstag. Natürlich. Ich meine, warum sollte ich einen Tag oder zwei davor oder einen Tag danach meine eigenen Waren verfeuern? Ich meine, ich habe gesehen, NumSkull Games macht eine Präsentation am Dienstag, glaube ich. Zu NumSkull Games fällt mir so viel ein, nämlich prinzipiell tolle Spiele in Europa, als Europavertrieb, aber halt völlige Inkomponenz, die irgendwie in die Läden zu stellen, außerhalb von ein paar britischen Versendern. Und wenn man Glück hat, bei Amazon sowas muss man bestellen kann, was mich ja bei der Evercade auch so ankotzt, dass das da auch gerade wieder nicht geht. Ich habe mir jetzt zur Gaudi, heute nehme ich zum Beispiel Robotics Notes, obwohl es das ja bei denen gibt, in Amerika vorbestellt, einfach aus Prinzip, unter anderem, weil ich, ähm, Dings, Kandagawa Jet Girls in Amerika bestellen musste. Ist ja angekündigt worden jetzt, aber wie sich herausstellt, in Europa leider nur als Download und für, aber für Vollpreis. Ich meine, gut, ich, ich sage es mal so, ich werde das Ding testen. Das muss mich also nicht tangieren, was es kostet, aber ich möchte es mir halt ins Regal stellen und dann muss ich halt das Ding in Amerika haben. Und in Amerika ist ja immerhin auch der Soundtrack auf CD dabei und noch irgendwie ein Artbook, was bei einem Spiel vom Senran Kagura-Erfinder ja ganz nett zum Blättern sein könnte. Hust. Ähm, ja, und da habe ich dann halt, damit das Porto günstiger wird, wie man es halt so macht, bei Amazon noch zwei, drei andere Sachen mitbestellt und da war dann halt Robotics Notes dabei, bevor ich mich dann ärgere mit denen Penner da. Und ich meine, wenn ich ein Testmuster kriege, ist auch gut, aber egal. Ähm, nein, also ich glaube nicht, dass Nintendo nächste Woche was macht. Ich glaube, irgendwann müssen sie wieder was machen, aber warten wir es ab. Wobei auch sein kann, dass Nintendo jetzt einen Ball flach hält, bis dieser ganze große Lego-Rummel wieder durch ist. Ich meine, jetzt haben sie ja das Lego-NES angekündigt. Also das ist ja schon Wahnsinn, oder? Hatten wir es vorhin schon mal? Ich weiß gar nicht mal. Zwei Tage her die Aufnahme, aber ich habe schon da alles vergessen. So wie es halt ist. Sehr gut. Ich werde halt alt. Ne, also ja, das glaube ich jetzt mir nicht. Sagt mir Buried Stars etwas. Er hat es im E-Shop entdeckt. Es kommt Ende Juli. Sieht sehr interessant aus. Nein, sagt mir erst mal nichts, aber gucke ich halt mal schnell selber nach. Ähm, also der E-Shop ist ja auch geflutet von Zeug einfach. Ähm, und mei, wie gesagt, ich gucke jetzt mal hier. Ups, vertippt. Sehr gut. Buried Stars. Mache ich das mal? Ach so, warte mal. 50 Euro? Leck mich. Was ist das denn? Oh Gott. Ja, äh, damit muss ich mich dann wahrscheinlich mal befassen, ein bisschen, was das jetzt eigentlich ist. Aber ich befürchte, dass mir jetzt diese Eternal Castle Remar, okay. Ähm, ähm, äh, Buried Stars. Von mir müssen das. Line Games. Äh, ach, das ist eine Visual Novel, oder? Äh, okay. Ist schwer einzuschätzen. Ist das eine, 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 Otome? Details. Adventure-Kommunikation. 6, irgendwas Gigabyte. Kein Trailer. Eih, du, ich sag dir, ich weiß es nicht, was es ist. Auf die Schnelle. Mal gucken, was mir jetzt Google ausspuckt. Aber ich kann dir mal ganz sicher sagen, was ich nicht machen werde, das für das Geld kaufen. Das können sie mal vergessen. Ein Survival-Adventure-Game. Äh, in der Stage of a Survival Audition. Aha, es gibt doch einen Gameplay-Trailer. Hm, Real Communication, Cross-Survival-Cross-Adventure-Game. Boah. Buried Stars Steelbook Edition. Äh, ach, guck mal. Aber nur bei denen ja wahrscheinlich wieder, oder? Äh, wo sollen wir das kaufen können? Ach, Location ist aus Südkorea. Äh, where to buy Asia-Pacific. Ah, leck mich. Okay. Also solche Sachen hasse ich einfach. Was soll das? Ich zahle auch keine 50 Euro für das Ding. Aber gut, schauen wir uns mal schnell den Gameplay-Trailer an. Könnte ich ein Live-Reaction zum Trailer machen? Ha, 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 ha. Moment, ich muss mir das mal schnell finden. Äh. Hier, Gameplay-Trailer. Ton lasse ich mal weg. Overview. Oh, drei Minuten. Ja, Gott, so lang. Oh, hoppla. Ach, scheiße. Ich habe ja Headset auf, deswegen höre ich jetzt das Ding hier, wenn ich mit euch rede. Äh, 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 ja. Und das, äh, äh, pfff, 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 pfff. Eine Webseite haben sie. Oh je, oh je. Ach, ihr seid's ja wohl. Äh, wo ist hier Spracheinstellung? Hallo? Ja, geil. Die ist nur koreanisch. Ihr wollt mich verarschen, oder? Gut, da gibt's unten irgendwo eine Spracheinstellung. Ah, English. Äh, sehr gut. Streaming Policy. Ja, das ist super. Das könnt ihr... Ah, was ist das? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo ich... Da wäre ich jetzt bei Limited Run dankbar, wenn es da aufschlagen täte. Weil dann könnte ich's mir da bestellen. Dann käme's natürlich erst in einem halben Jahr, aber... Wallpaper, Information, geil. Kontaktinfos haben wir nicht. Warum auch? Leute, äh... Also sagen wir's mal so. Ja, das sieht interessant aus. Aber viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Aber es ist halt entschieden zu teuer, dass man auf Good Luck sowas probiert. Hm. Das stinkt mir jetzt verächt, dass wir hier irgendwie keinerlei Kontaktinfos... Also mit koreanischen Firmen, das hab ich eher gute Erfahrungen an sich. Aber gut. Okay. Waren wir noch. Äh, kenn ich das Original Eternal Castle von 87. Davon kommt jetzt auch ein Remaster raus. Geiler Look findet ihr. Auch da kann ich nur sagen, nee, sagt man jetzt erst mal nix. Äh, oh scheiße. Oh je, oh je, oh je. Das ist so ein PC-Teil gewesen, oder? Das sieht sehr nach Eger aus. Ah. So ein 2D-Abenteuer. Limbo-Action, 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 Sidescroll, irgendwas. Wer macht denn das? TfL-Studios sagt mir auch gar nix. Nee, sagt mir auch gar nix, aber auch hier wieder, es gibt keinen Trailer. Was ist denn das für ein Käse? Ähm, ja. Kann ich jetzt erst mal nix sagen, aber... Hm. Sind so Sachen. Also es ist halt echt schwierig, weil ich bin ja immer auf der Suche, was testen wir wohl. Aber gerade beim E-Shop ist es ganz krass und eben so die richtig teuren Geschichten. Da muss es schon was sein, was irgendwie, ähm, man den Eindruck hat, das würde ja auch mehr Leute interessieren wie 3. Und dieses, äh, die Screenshots von den Buried Stars sind auch so nichts sagend. Aber, ja, das würde mich interessieren, aber, pff, mei. Englisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch. Wenn es irgendwo mal als Modul kommt, könnte man mal drüber nachdenken. Aber so bin ich jetzt eher skeptisch. Gut, äh, sind meine Spiele im Regal sortiert? Wenn ja, wie, alphabetisch oder nach Schorre? Ja, ganz einfach, alphabetisch tatsächlich, weil es ist die einzige wirklich sinnvolle, logisch nachvollziehbare Sortiervariante. Die hat ja auch schon ihre Tücken. Was mache ich mit dem Spiel, wo ein Artikel von dran steht? Also der, die, das oder the halt auf Englisch. Was mache ich mit dem Spiel, wo der Hersteller darauf besteht, das irgendwie mit seinem Namen zu starten? So eben, oder halt mit irgendeinem Branding-Namen. Ähm, sei es jetzt Tom Clancy's irgendwas, irgendwas. Sei es jetzt, äh, Marvel's irgendwas, irgendwas. Oder halt EA Sports, äh, Sportspiel XY. Wie sortiere ich die? Das muss ich natürlich mit mir vereinbaren. Und dann mir das auch merken. Gut, ich selber soll es natürlich wissen, wenn ich es schon so sortiert habe. Solche Geschichten. Auch bei den Lego-Spielen heißen fast alle Lego. Und dann gibt es halt der Lego-Movie. Pack ich es jetzt unter T oder unter L. Muss man halt so wissen. Ähm, aber das ist sonst trotz allem die einzig sinnvolle Variante. Nach Genres, ich glaube, wenn du so fragst, ich bilde mir Waage ein, kannst du dann Tim sortiert so, oder? Also Tim ist jemand, den wir beide kennen. Äh, ich habe das Waage im Kopf, dass ich mich mit jemand drüber unterhalten habe. Und mir auch gedacht habe, na gut, wenn er meint. Ich würde es nicht tun. Ähm, ich habe auch schon von Leuten gehört, die nach Farbe sortieren, von der Spine. Auch das könnte Tim sein. Überraschend hättest du mich nicht. Ähm, bin mir aber nicht sicher, wohlgemerkt. Äh, nee, nach Genre ist schwierig, weil einfach zu viele Sachen zu fließende Grenzen sind, finde ich. Natürlich kann ich alle Sportspiele sortieren. Das geht nur relativ gut. Aber Action, Action, Adventure, Adventure, äh, da wird es schon sehr, sehr vage. Und wie sortiere ich die Rollenspiele? Da gibt es ja auch, da gibt es ja tausend Sub-Genres. Das ist mir zu konfus. Nein, eindeutig alphabetisch, weil halt, äh, logistisch am einfachsten zu handhaben. Und auch von der Nachvollziehbarkeit. Ja. Welches Revival einer alten Serie würde ich mir wünschen? Heh, Fridge Racer. Haha. Äh, Project Gotham Racing, auch gerne. Outrun, von mir aus auch gerne. Da reicht mir auch ein Remake von Outrun 2006. Ähm, ja. Ist tatsächlich, das ist immer so platt, weil naheliegend, aber mir fällt auch sonst gar nicht mal so viel ein. Ähm, naja, wenn man möchte, ein richtig gutes Seifenfilter, hätte ich auch nichts dagegen. So, die halt auf dem Niveau von Teil 2, Teil 2 war das Beste. Eindeutig. 1 war auch sehr gut und 3 war ein bisschen schwächer, aber 2 war das Beste. Und danach kam dieses verunglückte PS2-Teil und die zwei PSP-Ableger waren halt einfach von der Steuerung problematisch, weil halt, äh, Seifenfilter 1 nie waren, nämlich einfach zu steuern oder unkompliziert zu steuern. Und wenn dir halt der zweite Knüppel fehlt, dann ist es schon mal echt blöd. Ähm, und die Schultertasten. Ähm, ja. Das wäre eins. Hm. Ja, Rallye Sport Challenge würde ich auch nehmen. Das ist halt auch wieder ein Rennspiel. Aber, also, mehr fällt mir spontan nicht ein, aber eben waren es ja ein paar. Was ist mein liebstes Game-Zubehör? Controller, Headset und so weiter? Naja, äh. Ähm. Ähm. Verdammt, mein Telefon klingelt. Äh, aber da geht jetzt jemand gleich hin, dann hörst du da auf. Äh, was wollte ich sagen? Ne? Jawohl, jemand hingegangen. Gut. Äh, doch nicht. Himmelarsch, was ist jetzt los? Doch, jetzt ist jemand hingegangen. Gut. Ähm. Mein Controller ist jetzt nicht für mich zu, wie soll ich sagen, Zubehör ist, was für mich nicht essentiell ist. Einen Controller brauche ich natürlich. Deswegen zählt der nicht unbedingt als Zubehör. Sonst wäre es natürlich das wichtigste, liebste Zubehör, weil damit spiele ich ja letzten Endes. Ohne komme ich ja nicht weit. Ähm. Headsets bin ich kein Fan von. Ich spiele schon einfach lieber, habe lieber mich meine Surroundanlage laufen, äh, weil einfach langfristig was auf dem Kopf sitzen haben oder in die Ohren stöpseln. Das ist halt nur, kann man machen, möchte ich aber nicht unbedingt, sag ich jetzt mal. Sonstiges Zubehör, VR ist halt ein cooles Gimmick, aber Lieblingszubehör ist halt, habe ich eigentlich nichts. Ich bin da sehr, sehr wirklich auf den Basics. Also Controller und Surroundanlage, wenn man es denn Zubehör nennen will, Fernseher, Spiele, fertig. Festplatten, weil viel drauf passt. Ha. Sonst halt fällt wirklich noch, ähm, mei, die Plastikinstrumente könnte man nehmen, aber da bin ich ein bisschen auch rausgekommen, wie halt alle Welt nicht mehr spielen wollte. Aber Schlagzeug fand ich eigentlich immer ganz nett, aber, und Guitar Hero, das letzte fand ich echt gut. Also der Skita Hero TV Modus war schon cool gemacht, aber ja, nein, also ganz banal halt dann eben, ja, Controller, wenn man denn eben als Zubehör zählt. Beste Grüße, noch ein schönes Wochenende, danke gleichfalls, und noch ein paar Bilder zur Auflockerung. Hier habe ich eine Kasumi, ist das doch, von hinten, mit Hintern, schön. Dann habe ich hier ein blauhaariges Mädel in sehr knapper Unterwäsche mit tiefem Ausschnitt, die sich gerade eine Spritze zur Mundspülung bereithält. Ähm, etwas irritierend, ne? Wen habe ich hier? Das ist, oi, scheiße, Lifang, oder? Die Schwarzhaarige mit dem Outfit, kann gut sein. Figur passt. Eine Mai, die ein bisschen zu westlich wirkt, finde ich. Eine Morrigan, die ein bisschen züchtig wirkt, fast schon. Ja, danke dir, immer wieder ganz nett anzuschauen. Und damit sind wir durch, übrigens, weil, äh, ja, nix da. Keine Ahnung, wo der Düsi abgeblieben ist. Das, äh, erstaunlich, Max, äh, macht nix, macht nochmal Pause. Kommt einfach nächstes Mal alle wieder, auch gut. Ähm, ja, aber wer noch mehr braucht und es noch nicht getan hat, der kann ja meine zwei Videos von dieser Woche nochmal anschauen. Oder das erste Mal, oder öfters, ist auch gut. Zum einen eben die Perp Games-Sammlungserweiterungsvorstellung und, äh, die Hatsune Miku-Sachen. Da kann man, das ist quirlig auf jeden Fall. Das trifft ganz gut, quirlig trifft immer gut. Ähm, ja, nächste Woche nichts, noch nichts aufgenommen, kann aber passieren, weil ich bin jetzt, ich hab schon auch wieder, erstes Mal hab ich Urlaub, hab ich erwähnt, und zweitens Mal hab ich ein paar Sachen, die ich, äh, konsumieren möchte. Der sollte ich auch mal irgendwann ins Auge fassen. Dann gibt's eben das berühmte, berüchtigte Memory, wo ich auch noch irgendwo, da bin ich noch am Überlegen, wie ich das vernünftig ins Bild setzen soll. Deswegen zieht sich das auch ein bisschen. Aber wird schon kommen. Ähm, und sonst halt, wie üblich, nächste Woche, nächstes Blah. Dafür braucht's wie üblich, ich sag jetzt nochmal wie üblich, wie üblich, wie üblich, wie üblich, wie üblich, ähm, Material zum Vorlesen, entweder in die YouTube-Kommentare, was geht, aber noch viel lieber sind wir natürlich E-Mails an blah mit h at catchspieler.de Und ansonsten, ja, sind wir durch. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende, ein gesundes Wochenende, hoffentlich möglichst wenig Stress und ich versuche nächste Woche ein bisschen Energie zu tanken und hoffe, dass es nicht zu heiß wird. Am Wochenende hält sich's, ja, hoffentlich noch in Grenzen. Schauen wir mal weiter. Und deswegen, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.